Was ist, wenn ich mich jetzt hier reinfallen lasse? Scheiße! Wenn ich mich richtig entsinne, war da was. Okay. Fleshy Substance. It seems that the fleshy substance continues to spree through... Through... Was ist das für Wort? Shadebark Valley. I must find a way to reduce the aggressive growth. Hopefully, it won't end with more peculiar results. Crude but simple. It seems a simple pickaxe can remove the unfriendly growth. A pickaxe with a small tweak, so to speak. A golden pickaxe should do the trick. Ah, nein, ich wollte ja. Gold is a perfect chemical for eradicating that blasted growth. Gold resists attacks by the individual acids the substance releases. Gold is also one of the least reactive chemical elements, hindering impurities from the substance to interact with the metal. Brilliant. Jo, ich habe jetzt trotzdem keinen Plan, was wir machen müssen. Hahaha. Willabert da jemand von Gold? Gold ist toll. Gold ist auch toll. Aber, äh... Ich weiß nicht, was er will. Wir gehen einfach mal weiter. Jo! 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 What the fuck, Alter! Junge! Jo! Jo! Heftig! Was sollte der shit denn? Jo! 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 Ah, winekeller... Oah, lol! Woah! Woah! Wir haben kaum noch HP! Woah! Puh! Alter, Mann! Junge! Äh... Servants Quarters! Tach Servants Quarters Gehen wir mal rein Soll das Blut darstellen Ein Äppel Bloodstained Blade Sinful Blade Stained with the Blood of the Innocent Alles klar All das Klärchen Popärchen Überall hängen hier Banner Ist ja ne richtige Bursch hier, ne? Raven Walk Caster Schon wieder Stick Material Use for Creating a Pickaxe Ah Das hört sich doch schon mal gut an Verrottetes Fleisch Das können wir auch hier lassen Alter Okay, da kommen wir nicht rein Alter Da will man glaube ich auch gar nicht rein Aber lassen wir mal offen Ich muss mal eben einen Schluck Wasser nehmen Oder ein paar Schlucken mehr Das ist dieser Nachtwurst Ich war gestern wieder viel zu hart am Saufen Eieieiei Ist nicht schön sowas Wenn man Alkoholiker ist So ein 24-7 Alkoholiker So wie ich Skoll Ballroom and Guestroom Ist ein bisschen duster hier, ne? Gold in Guild Material Use for Creating a Pickaxe Ja, geil Mal ein bisschen Licht hier machen Und ein bisschen Musik Waren wir da gerade schon? Kann mich nicht erinnern Nö, waren wir noch nicht Leuchtet den Scheiß hier Meine Fresse Was? Heapsnicks? Das kommt auch mal vor Checkpoint? Okay Oh, what the hell Ja, schön Dann ist auch nicht Lava oder so Nein! What? Wow Oh, shit Junge Wow, der ist nicht gesprintet Wow Alter, Mann Yo Das ist voll Ah Voll mies Curse Guess Ah ja, okay Eternal Ach Speisesalz Ja, okay Ja, ich bin behindert Sagt einfach nichts Servant's Quarters Hä? Waren wir hier schon? Oh ja Oh ja, hier waren wir schon Ach, okay Okay, das ist das Alles klar Eternal A little bit creepy Was ist, wenn ich mich jetzt hier reinfallen lasse? Scheiße Oh nö Ey, da ist hier eine Truhe Ich habe nicht versucht, da drin zu schwimmen Wer will denn versuchen, in Lava zu schwimmen? Und für da Well Bei mir hängt hier gerade die Shift-Taste irgendwie Für da unten haben wir auch keinen Button, dass wir das irgendwie aufmachen könnten Wow So Und mal wieder den Checkpoint hier setzen I don't think I should risk jumping down Okay Gut Äh, Ravenrise Requires Tower-Key Scheiße Wir haben noch keinen Tower-Key What? What the hell, wo sind wir? Alter Wir sind ja voll woanders Stirb, du Bastard Wow The Flashy Shops Hey, Substance seems to block the entrance Oh, man war einfach kaputt Dürfen wir ja, ne Pfeile ohne einen Bogen, jawohl Alter Storage Fluted Halls Checkpoint Lower study Yo, Goldspitzhacke Research Magic 2 Thomas Graves Magic Theory Dark Magic Rift in Woods It is said that magic is bound to the bone That flesh is too weak to withstand its awesome power Although the origin of this mystical power is unknown One thing is certain Rift in Woods is consumed by it Was consumed by it The weak wooden structure of the forest cannot contain such immense Immense magical power Thus making it unstable The unstable magical essence contained by the forest is in constant flux with the environment Causing the mystical phänomenes Phänomenes Okay Sollen wir jetzt was sagen? Das war wohl Story Zogen Sollen wir jetzt mal ein bisschen Platz, ne? Hier im Inventory Storage So, was soll's hier geben? Viele, viele Bontes, Smarties Ah, doch, da war was, trägte Heilung. How can I reach that switch? Was für ein Switch? Äh, okay. Ich bin grad überfragt. Wo wir hin müssen. Hier ein Dach. Reflashy Substance. Ja, 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 das ist mir schon klar. Schauze. Nein! Hornsohn. What the hell? Hat der uns doch grad einfach gekillt ey, ich glaub's ja gar nicht. Ja, jetzt ist so die Frage wo wir hin müssen. Weil ich find hier grade keine Schalter. Also nisch suche nicht. Ich geh jetzt mal nochmal in dieses Labor dahin. Ach ne, das war das ja gar nicht, oder? Mal schauen. Ne, falsch. Oh ja, schon wie ne Experiment hier. Wo war denn nochmal? Ach ja, ach hier, jawoll, genau. Crafting Table. Kann man damit irgendwas? Nö, warum auch. Alter. Miep. Ja, okay. Dann hab ich jetzt grade keinen Plan. Mal schauen. Mal schauen. Ja, allesb Ahh. Mal seminar. Ja, allesbos. Malzas... Malف. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020